Mitte der 50er Jahre, kann man ja hier unter uns, können wir uns ja noch ein bisschen erinnern, Mitte der 50er Jahre war der Gehaltsunterschied eines kleinen Angestellten, eines Durchschnittsbetriebes, im Verhältnis zu seinem Chef lag 1 zu 20 bis 1 zu 25. Der Chef hat an einem Tag etwa so viel verdient, wie der kleine Angestellte in einem Monat. Heute liegt das Verhältnis bei 1 zu 250 bis 1 zu 400. Und selbst die OECD, selbst das Inkasso-Unternehmen der Superreichen, der Internationale Währungsfonds, munkelt, munkelt mit, das ist, ich bitte Sie, also das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Frau Lagarde hat ein Betrugsverfahren in Frankreich an der Backe, an der schmalen, nicht? Und ihr Vorgänger, Dominik Strauss-Kahn, nicht, ist der Zuheld reich, verdächtig. Das ist einer der beliebtesten Nebenverdienste von Inkasso-Unternehmen. Also, das ist ja nun so aus der Luft gegriffen, auch nicht. Also, ich will da weitermachen, nur damit ich es nicht vergesse. Eins ist heute Abend noch nicht gesagt worden. Und das ist bitter genug, dass man Frau Merkel in Schutz nehmen muss. Das fällt niemandem leicht. Aber, und jetzt aufgemerkt, es wird so getan, von Seiten der CDU vorsichtig, aber vor allem von der CSU und allem, was noch weiter rechts steht, als ob Frau Merkel diese Flüchtlingsströme ausgelöst hat. Das hat sie nicht. Frau Merkel hat dasselbe oder etwas Ähnliches getan, wie nach der Katastrophe von Fukushima. Frau Merkel hat nach Dienstbeginn als Bundeskanzlerin die von Rot-Grün in Absprache mit den Energiekonzernen eingeleitete Energiewende hin zu den alternativen Energien, die von der Großindustrie und den Energiekonzernen unterschrieben war, rückgängig gemacht, weil sie versprochen hatte, sie macht was für die Konzerne, weil sie dann Unterstützung für ihre andere Politik bekommt. Und als es in Fukushima gekracht hat, hat sie reagiert aus Angst vorm Votum der Wähler. Es war keine Aktion, es war eine Reaktion. Das Gleiche ist bei den Flüchtlingen geschehen. Diese Flüchtlingsströme waren auf dem Weg. Hunderttausende. Der Auslöser war nicht der Satz von Angela Merkel. Da überschätzt man jeden Politiker. Nicht nur Sie. Der Auslöser, nicht, nicht, hallo, 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 hallo. Der Gedanke ist nicht zu Ende. Ich sage Ihnen, wenn ich die Stimme senke, können Sie in die Händchen patschen vorher nicht. Der Auslöser war etwas völlig anderes. Und da sind sich die Experten einig. Die Millionen von Flüchtlingen, die in den Lagern in der Türkei, in Jordanien vor allem und im Libanon gelebt haben, denen wurden von den reichen Industriestaaten die Hilfsgelder für die tägliche Nahrungsration halbiert. Gegen alle Warnungen der Fachleute wurde aus purem Geiz von den reichen Ländern die Tagesration zu bezahlen halbiert. Und die Organisationen haben gesagt, wir haben in wenigen Wochen kein Geld mehr. Wir müssen die Essensration dann halbieren. Ungehört Verhalt. Und dann haben sie sich in die Bewegung gesetzt und Hunderttausende sind schwer aufzuhalten. Das war keine Aktion von Angela Merkel. Es war eine Reaktion auf etwas, was auf uns zukam, was seit Jahren gesagt, aber von niemandem ernst genommen wurde. Und jetzt kommen wir zu der Frage, ich mache jetzt absichtlich die Stimme nicht senken, sonst nutzen die dieses Angebot von mir aus. Ich sage es Ihnen, gleich bin ich am Ende. Wir müssen im Anschluss an Herrn Rating feststellen, wenn wir so viel über Krieg und Vertriebene reden, über zerfallende Staaten und die Ursache für zerfallende Staaten, dass wir tatsächlich nicht in mehreren Kriegen leben und die zetteln wir dann auch. Da ist Krieg, da ist Krieg, da ist Krieg. Nein, wir leben in einem großen Krieg. Und was das für ein Krieg ist, dafür gibt es einen Kronzeugen, der unverdächtig ist. Ein Linker zu sein oder ein Weltverbesserer. Dieser Kronzeuge ist der drittreichste Mann der Welt. Der erfolgreichste Großinvestor aller Zeiten. Warren Buffett wurde von der New York Times gefragt, was ist der zentrale Konflikt unserer Zeit? Und Warren Buffett hat gesagt, das fragen Sie noch? Das liegt doch auf der Hand. Es ist der Krieg reich gegen arm. Und meine Klasse, die Klasse der Reichen hat diesen Krieg begonnen und sie wird diesen Klassenkampf auch gewinnen. Das hat er ohne Häme gesagt. Das ist derselbe Mann, der auch finanzielle Massenvernichtungswaffen als Begriff erfunden hat. Und der irgendwann vor drei Jahren festgestellt hat, dass seine Sekretärin in seinem Vorzimmer einen höheren Steuersatz hat als er. Und was wir jetzt im Moment im Wahlkampf in den Vereinigten Staaten erleben, den Erfolg von Donald Trump, meine Damen und Herren, ist kein Versehen. Das ist Ausdruck des Klassenkampfes reich gegen arm, weil jetzt der so in den USA genannte White Trash, der weiße Müll, die seit Jahrzehnten schlecht ausgebildeten Weißen merken, sie werden abgehängt. Die Finanzkrise ist übrigens entstanden, weil die Politiker in Washington verhindern wollten, dass die untere Mittelschicht merkt, dass sie abgehängt wird. Die wurde damals in den 80er Jahren abgehängt und damit sie es nicht merkten, wurde der amerikanische Traum des Eigenheimes mit Krediten finanziert, die kein normales Banksystem finanziert hätte. Das war eine politische Entscheidung, damit die nicht merken, dass sie abgehängt werden. Die Eleganz der Finanzklasse bis dann darin, auch da noch ein Geschäft zu machen, aus Krediten, die nichts taugten. Das nur am Rande. Aber wissen Sie, ich habe das Gefühl, auch wenn ich nachher ein Rating rede, ich renne offene Türen ein, das ist alles gesagt, das mit Warren Buffett, sage ich seit vier Jahren. Irgendwann haben sie das Gefühl, sie sind atemlos nach dem Einrennen offener Türen und was noch schlimmer ist, wenn man sich informiert, das stellt man fest, es hat vor mir schon ein anderer gesagt und zwar noch präziser, auch noch zu allem Überfluss. Frank Schirrmacher, leider schon tot, hat vor Jahr und Tag, ein Jahr bevor er gestorben ist, ein, zwei Jahre davor, gesagt, er habe das Gefühl, dass er jahrzehntelang den falschen Feind bekämpft hat. Der Feind der Menschheit wäre der moderne Finanzkapitalismus. Frank Schirrmacher, stellen Sie sich das mal vor. Herausgeber, FAZ, Fögeton, der Leuchtturm des bürgerlichen Lebens. Damals sollen Abonnenten der FAZ durch Verzehren des Fögetons ihrem Leben ein Ende gesetzt haben. Es ist, wie du noch sagst, oder jetzt mal als Beispiel, ja, versehentlich die Stimme gesenkt. Und jetzt mal anderes Beispiel, weil Herr Rating davon gesprochen hat, mit Genfer Abkommen, Flüchtlingskonvention. Das ist ein Recht eines Flüchtlings, wird bei uns als Wohltätigkeit, als Gnade behandelt. Als Schäbige, die man möglichst nicht zeigt, damit sie nicht in Anspruch genommen wird. Das ist ein Rechtsanspruch. Von Pestalozzi stammt dazu ein Satz, den man nicht pointierter sagen kann. Pestalozzi, ja, Mitte des 19. Jahrhunderts. Pestalozzi. Pestalozzi hat gesagt, das Recht wird im Mistloch der Gnade ersäuft. Wohltätigkeit ist das Ersäufen des Rechts im Mistloch der Gnade. Da brauchen Sie doch nicht überlegen, wie Sie was schön formulieren. Das ist doch alles formuliert. Hier, das wollte ich Ihnen auch noch nicht vorenthalten. Industrielle Revolution, also nicht 4.0, wie wir es jetzt demnächst kriegen, sondern industrielle Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts. Heinrich Heine. Wettlauf. Hat man viel, so wird man bald noch viel mehr dazu bekommen. Wer nur wenig hat, dem wird auch das Wenige genommen. Wenn du aber gar nichts hast, so lasse dich begraben. Denn ein Recht zu leben, Lump, haben nur die etwas haben. Dann können Sie jetzt sagen, es ist veraltet. Ich fürchte, wenn man es sich auf die Hinterbeine stellen, es ist nicht veraltet. Das hilft mir aber bei der Festrede nicht weiter. Das sehen Sie. Ich kann auch nicht nur Leute zitieren. Da bleibt von mir ja nichts übrig. Aber ich bin an einem Punkt, wo ich überlegt habe, ich kehre den Spieß um. Ich sage gar keinen eigenen Satz mehr. Aber das muss ich mit dem... Herr Priol, das muss ich, da kann ich nicht selbstständig entscheiden. Herr Priol, hören Sie zu. Es ist... Sie wissen, ich bin deprimiert. Das ist keine Neuigkeit. Das ist... Wenn man das alles... Ich habe eben vorgetan... Ja, ich weiß. Ich könnte jetzt zum Beispiel, wie Dieter Hildebrandt sagen, anknüpfend an das Zitat mit den Kernkraftwerken. Keine Bank hat ohne meinen Protest begonnen, eine Blase zu entwickeln oder so. Es ist doch alles irgendwie... Wie soll man das nennen? Eine Katastrophe? Nein. Nein, nein. Eine Tragödie. Nein, nein. Moment, Sie kennen ja wohl den Unterschied zwischen Katastrophe und Tragödie. Ja, ich habe jetzt gerade... Ich habe die noch so belesen, auch im Text. Ja, ich bin im Moment... Wenn ein Schiff mit tausend Investmentbankern an Bord in einem schweren Sturm sinkt, dann ist es eine Tragödie. Wenn aber auch nur einer dieser Banker schwimmen kann... Dann ist es eine Katastrophe. Das, sehen Sie, sehen Sie, da haben wir jetzt... Da haben Sie jetzt, vielleicht haben Sie es gar nicht gemerkt, den Unterschied rausgearbeitet. Ja. Sie haben diese deprimierende, substanzielle Erkenntnis, die ich da vor mich hingesalbert habe, in eine bissige Pointe umgewandelt. Ich beneide Sie ein wenig. Ich weiß, wie oft... Ich hatte meine Visionen, Sie haben sich ironisch darüber lustig gemacht. Und ich dachte immer, ich bin auf der richtigen Seite. Aber nein, nein, Sie sind auf der richtigen Seite. Das, was ich von mir gegeben habe, ich habe hier meine Rede vorbereitet, im Grunde habe ich doch in der irrationalen Hoffnung, dass es eine Veränderung gibt, dass ich dieser Veränderungsfilme geben kann, habe ich mich zu einem Realisten aufgespielt, der gar keiner ist. Der eben... Wissen Sie was? Ich habe einen Realisten vorgegaukelt, der in Wahrheit ein Narr, ein Narr ist. Hören Sie, ich habe doch... Was meinen Sie, was ich alles dabei habe? Pass auf. Hören Sie zu. Hören Sie zu. Hören Sie, bitte. Nur das noch. Ganz kurz. Das Leben, nur ein Wanderschattenspiel. Und ich, ein armer Komödiant, der seine Zeit abstolzt und abschnauft auf der Bühne und nie mehr gehört wird dann. Ein Tölpelmund voll von Getönen und Toben. Und es bedeutet nichts. Das ist Shakespeare, Priol. Shakespeare, verstehen Sie, was das heißt? Ja, aber der hat Sie doch gar nicht gekannt. Also, ich meine... Das ist doch... Herr Priol, hier. Das... Sie haben alles richtig gemacht, ich nicht. Ich habe an die Kraft der abendländischen Kultur geglaubt, weil ich dachte, das ist der Kern des Fortschritts. Ich war stolz drauf, Teil der abendländischen Kultur zu sein. Nicht? Und was habe ich dann gefunden? Dann finde ich einen Satz ungern, hier. Adorno, Horkheimer. Die vollends aufgeklärte Welt erstrahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Ich gehe mal in die frische Luft und trinke mit der Rating irgendwas Alkoholisches. Ich gehe mal in die frische Luft.